absolut nicht naja das ist halt jetzt so eine sache was denn mit dir alter was war denn das jetzt so zieht man im huhn übrigens die das fell ab hab da gesehen und den kopf natürlich noch den brauche ich aber nicht echt nicht was ist das eigentlich ach das sind diese schlangenwurzeln gut wozu auch immer ich die brauch aber das schaf hier will noch getötet werden nein wird es natürlich nicht würde ich doch niemals machen bei schafen lohnt sich halt auch nicht die zu schlachten das fleisch von denen da ist eine kuh oder sowas doch besser so was mit dir ich könnte ich eigentlich zu oder auch nicht weil ich das zeug wieder nicht dazu habe schwarz pulver habe ich dann davon noch irgendwie irgendwie nicht mehr so auch aber nur vier und dann mache ich mal das zu einem creeper kopf und den kann ich dann auch wieder zerkleinern und hier irgendwo rennt ein kleines skelett rum mit clauston rüstung alter tut mir leid hund das war keine absicht ich hoffe du bist mir nicht sauer so ab hier brauche ich auch nicht rein damit und jetzt wollte ich eigentlich dieses ding verzaubern das hat aber nicht hingehauen weil ich ein armer schlucker bin reicht immer noch nicht kann ich vergessen ich müsste wieder auf monster jagd gehen oder auf truhen jagd und zwar auf leere truhen weil alle voll sind ja komm dann gehe ich halt mal mit hundi monster sammeln sammeln vor allem so creeper du befindest dich hier in meinem in meinem gebiet versteckt sich zwischen den schafen das werde ich nicht tolerieren das war mir schon fast klar dass das passiert warum sehe ich eigentlich nicht mehr die hp ich muss immer die herzen zählen weiter geht's ich will monster töten jagen enthaupten irgendwie da hinten sind zwei skelette hoffe ich mal dass das was wird und dass die nicht weg rennen von meinen hunden möchte überhaupt hinkommen ja geht doch eigentlich ganz gut so da hinten ist noch ein huhn dass wir bestimmt auch geschoren werden huhn wo bist du ich will dich scheren wie viel hp hast du denn zack 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 und zack das arme tier aber bei hühnern ist es so eine sache vor hühnern habe ich nicht so respekt scheiße ja toll sowas mit dir ach du kommst schon freiwillig her ist ja eigentlich nicht nicht dumm eigentlich die idee oder ach guck mal hier war dieses ding was mich so fasziniert hat da waren wir ja auch schon lange nicht mehr ja lange nicht mehr da gewesen und ich weiß gar nicht wieso würde gern das ding hier abbauen weil das drunter sind meistens ein paar geschenke alle schießt einfach meinen hund ab ich glaube es geht los lass meinen hund in ruhe der dir nichts getan warum leuchtet eigentlich verrottetes fleisch wenn ich es in der hand habe und bitte nicht runterfallen bitte nicht das kann ich nicht gebrauchen so ich geh jetzt mal da hoch da sind noch zwei creeper und dann habe ich 20 level und eigentlich dürfte es das doch dann irgendwann müll irgendwann reichen die sind hier gar nicht die creeper sind die da unten die sind da unten genau die schweine ich hoffe mein hund kommt jetzt nicht her sieh mal einer an inferium wo ist denn jetzt mein hund ach der betet da unten das skelett an was da irgendwo rumstreuen du arschgeige du oh oh hund und lava nicht gut hund und lava nicht gut oh je und ich habe keinen eimer dabei oh je das ist nicht gut hier ist auch irgendwo ein skelett aber das auch wieder unter der erde irgendwo deshalb liege ich jetzt nach hause ne mein hund will nicht bitte nicht umbringen hund ich sehe es nicht wo ist denn das skelett und ich grab dir jetzt einen weg und du holst dir das ding das scheußliche ja was ist willst du da vielleicht noch weiter hin oder ich sehe es nämlich nicht ich baue jetzt einfach mal die erze ab und du machst was du denkst so und er hat es gefunden gewöhnt dir das bitte ab und wolf heißt ja eigentlich wolf aber ich will nicht dass du wolf heißt weil du nicht aussiehst wie ein wolf sondern wie so ein hund der sich mit einbrechern sympathisiert so hier brauche ich sogar eine diamant spitze um das zeug abzubauen oder halt obsidian aber darauf habe ich jetzt gerade keinen bock deshalb und wo bist du jetzt komm mit ich will hier weg langsam dürfte es eigentlich genug sein was ich an erfahrung habe auch wenn es wahrscheinlich gar nicht reicht ich weiß nicht schweine töten finde ich nicht so cool klar man kriegt fleisch und so aber es ist doch viel chilliger mit schweinen zu chillen als mit irgendjemand anderem da sind noch ein paar hühner die möchten bestimmt ihre federn abgeben so dann mache ich aber mal so ne so bühner lies was seid ihr denn ich weiß dass ihr geschoren werden wollt das gute an hühnern ist halt wie kannst du fortpflanzen also vermehren ohne dass du ein zweites tier brauchst theoretisch reicht ja dann auch schon ein einziges ei wo ist denn das andere huhn hier nicht okay dann ist es da oben versteckt sich hier irgendwo die sau sag mal wo ist sie denn die dumme kuh ach da unten steht sie tut mir leid huhn aber ihr seid nun mal nutztiere die nichts nützen so jetzt mal wieder zurück da hinten läuft nichts mehr rum reicht jetzt auch langsam mit dem rumlatschen 21 level vielleicht vielleicht klappt das ich hab die ich hab immer noch keine wegpunkte ne das ist halt mega bescheuert ich hab auch doch warte mal warte mal warte mal natürlich aha ich bin noch nicht blöd warte mal zack 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 und zack da ein paar eisenbarren und dann machen wir da folgendes ich mach mir einfach einen kompass denn ich hab mir direkt mein haus am spawnpunkt gebaut bin ja nicht blöd ne auch wenn kompass vielleicht ein bisschen unnötig rüberkommt heutzutage mit den ganzen tools die man da hat mit den karten und was weiß ich aber immerhin finden wir den weg nach hause juhu guck mal und wie genau zeigt ja fast genau auf mein haus so das droppe ich jetzt geht's dir eigentlich gut und ja komm so ich will ja nicht will ja nicht geizig sein so sind wir ja nicht ne jetzt wollte ich das ding mit hold also mit held verzaubern und hoffentlich geht das auch nö es geht immer noch nicht oh man vielleicht geht das wenn ich das hier gegessen habe jawoll wunderbar so was ist mit euch ihr habt zu viel strom so wie es aussieht dann darfst du das ding mal aufladen und zwar überall eingang da